Die Endphase der Dualseelen Die höchste Form der Liebe Die Endphase der Dualseelen ist die höchste Form der Liebe und ihre Energie schafft eine Verbindung, die nicht zu brechen ist. Dualseelen haben dieselbe Seele in zwei verschiedenen Körpern. Wenn sie verschmelzen, wird das gesamte Universum mit mächtiger Energie erfüllt. In dem Moment, in dem sie ihre Dualseele treffen, werden sie das Gefühl haben, dass der Boden unter ihren Füßen bebt. Sie werden wissen, dass eine sehr wichtige Person in ihr Leben getreten ist. Sie werden plötzlich von einem Gefühl überwältigt, das ihnen das Gefühl gibt, dass sie sich auf eine Weise ändern müssen, die sie nie für möglich gehalten hätten. Die Begegnung mit der Dualseele ist eine Erfahrung, die mit nichts zu vergleichen ist. Die Endphase der Dualseelen ist die höchste Form der Liebe und ihre Energie schafft eine Verbindung, die nicht zu brechen ist. Wie sehen Dualseelen aus? Man könnte sagen, dass die Dualseele der Spiegel unserer Seele ist. Es ist ein Spiegel all unserer Wünsche, Sehnsüchte, Träume und Ängste. Wir haben viel Seelenverwandte, aber nur eine Dualseele. Die Begegnung mit der Dualseele ist eine Erfahrung, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher erlebt haben. Egal wie oft sie bisher verliebt waren oder in wie vielen Beziehungen sie waren, die Verbindung zu ihrer Dualseele wird ganz anders sein. Die Intensität der Liebe, die sie für eine Person empfinden, die eigentlich ein völlig Fremder ist, wird sie einschüchtern. Starke Leidenschaft und Sehnsucht werden in dieser Beziehung vorhanden sein. Diese Beziehung wird das Beste aus ihnen herausholen und die Umwelt wird es sehr schnell bemerken. Eine so starke spirituelle Verbindung kann nicht einfach sein, weshalb die Dualseelen mehrere Phasen durchlaufen und sich erst am Ende einer ganz anderen Phase, der Endphase der Liebe, erfreuen. Manche Menschen können diese Intensität nicht ertragen und entscheiden sich, mit einem Seelenverwandten zusammenzuleben. Wer glaubt, die Dualseelen bleiben für immer zusammen, der irrt sich. Eine tiefe Verbindung mit einer anderen Person garantiert nicht, dass sie für immer zusammenbleiben. Es hängt alles von ihrer Entwicklung des Bewusstseins und Unterbewusstseins ab. Wir sind nicht immer bereit für unsere Dualseelen. Vielleicht sind wir kürzlich aus einer anderen Beziehung herausgekommen, verzweifelt und enttäuscht, emotional instabil und nicht bereit, Liebe zu geben. In welchem emotionalen oder psychologischen Zustand sie sich auch befinden, es ist immer gut, auf die Menschen um sie herum zu achten. Wie erreicht man die Endphase der Dualseelen? Es gibt elf Phasen der Dualseele. Um die Endphase der Dualseelen zu erreichen, müssen wir also die vorangegangenen zehn Phasen durchlaufen. Erste Phase Persönliches Wachstum Diese Phase der Dualseele beginnt Jahre, bevor sie ihre Dualseele treffen. Es beginnt tatsächlich in den frühen Stadien ihres Lebens, auch wenn es etwas ist, dessen sie sich wahrscheinlich nicht bewusst sind. Im Grunde leben sie beide zu diesem Zeitpunkt ihre getrennte Leben. Jede Bewegung, die sie machen, jeder Schritt, den sie tun, ist eigentlich eine Vorbereitung auf ihr großes Treffen. Alles, was sie auf ihrer Reise erleben, ist der Weg, der sie zu ihrer Endphase führt. Auch wenn sie es nicht bemerken, geht es in dieser Phase um ihr persönliches Wachstum. Alle Misserfolge, die sie in dieser Zeit erleben, dienen als schwierige, aber wertvolle Lektionen. Am wichtigsten ist, dass sie als Grundlage für die Selbstverbesserung dienen. Dies ist die Phase, in der sie verstehen sollten, was sie vom Leben und von der Liebe wollen und was nicht. Es ist nicht möglich, diese Phase zu überspringen und später zu der Endphase der Dualseelen zu kommen. Zweite Phase Sehnsucht Vielleicht glauben sie nicht an das Konzept der Dualseelen und sie glauben nicht, dass es einen Menschen gibt, der sie vervollständigt. Mit der Zeit ändert sich diese Überzeugung jedoch durch ihr persönliches Wachstum. Das wichtigste Gefühl, das die zweite Phase der Dualseelen kennzeichnet, ist die Sehnsucht. Die ganze Zeit über haben sie das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. Als ob sie nur ein weiteres Teil des Puzzles bräuchten, um ihr Leben vollständig und sinnvoll zu gestalten. Sie wissen nicht, wer diese Person ist, wann sie kommt oder wie sie aussieht, aber sie sind sicher, dass sie da draußen ist. Also beginnen sie, sich nach ihr zu sehnen. Sie warten geduldig darauf, dass sie erscheint und sie haben keinen Zweifel daran, dass sie früher oder später kommen wird. Außerdem wissen sie jetzt, dass sie bereit sind, endlich die richtige Person zu treffen. Wir bemerken, dass wir auf dem richtigen Weg sind und verstehen, warum die vorherige Phase so wichtig war. Sie haben gerade den zweiten Schritt zur Endphase ihrer Dualseele erfolgreich abgeschlossen. Die dritte Phase. Suche. Die nächste Phase hat immer noch keinen direkten Bezug zu ihrer Dualseele. Bringt sie aber näher an sie heran. In dieser Phase beginnen sie, aktiv nach der Dualseele zu suchen. Auch dies ist nicht etwas, das sie freiwillig tun. Die Leere, die sie fühlen, wird einfach unerträglich. Sie können es nicht ertragen, noch eine Minute ihres Lebens allein zu verbringen. Der Trick ist jedoch, dass diese Person nicht so leicht zu finden ist, wie es scheint. Tatsächlich müssen sie viele Frösche küssen, bevor sie ihre charmante Prinzessin oder ihren Prinzen finden. Sie treffen viele Menschen und gehen sogar mit einigen von ihnen aus, in der Hoffnung, ihn zu finden. Außerdem geben sie einigen von ihnen die Chance, ihre Seele zu berühren, aber das passiert nicht, egal wie sehr sie sich bemühen. Sie wissen, dass ein Verbleib in jeder dieser Beziehungen bedeuten würde, sich mit weniger zufrieden zu geben. Trotzdem suchen sie weiter, sie wissen, dass sie zu Größerem bestimmt sind und dass die irdische, alltägliche Liebe sie nie wirklich zufriedenstellen kann. Die vierte Phase, Abgrund. Dieser Optimismus hält jedoch nicht ewig an. Nach einer gewissen Zeit verlieren sie die Hoffnung. Wenn sie ihre Gedanken mit ihren Lieben teilen, machen sich die meisten von ihnen über sie lustig. Ihre Lieben sagen ihnen, dass sie zu wählerisch sind, dass ihre Ansprüche zu hoch sind und dass sie das Unmögliche erwarten. Sie versuchen, ihnen zu erklären, dass sie nicht nach Perfektion streben. Sie wollen nur jemanden, mit dem es Klick macht, aber sie haben diese Person noch nicht gefunden. Das führt dazu, dass sie unter Druck geraten und die Hoffnung verlieren. Sie verzweifeln und planen, die Liebe ganz aufzugeben. Darüber hinaus ist diese Phase der Dualseelen auch durch einen Verlust des Selbstbewusstseins gekennzeichnet. Sie beginnen, sich selbst als unfähig zu lieben, wahrzunehmen. Die Endphase der Dualseelen erscheint ihnen unerreichbar zu sein. Was sie nicht wissen, ist, dass all dies Teil ihrer Reise mit der Dualseele ist. Alles, was sie durchgemacht haben und jeder, den sie getroffen haben, hatte einen tieferen Sinn und alles geschah aus einem bestimmten Grund. Sie alle dienten als Vorbereitung auf die richtige Person. Obwohl es nicht so scheint, ist dies ein wichtiger Schritt zur Endphase der Dualseelen. Fünfte Phase Wandel des Bewusstseins Glücklicherweise dauert die vierte Phase nicht ewig an. Tatsächlich geschieht bald ein Wunder und ihr Bewusstsein verändert sich. Plötzlich erleben sie etwas, das man spirituelles Erwachen nennt. Sie kommen mit ihrem wahren Selbst in Berührung und ihr Bewusstsein verändert sich für immer. Wenn dies geschieht, bemerken sie endlich das Licht in seiner wahren Helligkeit. Befreien sie sich nach all dem Leid von ihrem Dämonen und lassen sie die Dunkelheit der Vergangenheit hinter sich, wo sie hingehört. Nein, sie haben ihre Verbindung mit der Dualseele noch nicht erreicht, aber sie kommen ihr mit jedem Schritt näher. Im Laufe ihres persönlichen Wachstums sind sie zu einer besseren Version ihrer selbst geworden. Im nächsten Schritt treffen sie ihre Dualseele und kommen der Endphase der Liebe viel näher. Die sechste Phase Die Begegnung Diese Phase stellt den Wendepunkt zur Endphase der Dualseelen dar. Sie werden endlich ihrer Dualseele begegnen. Das ist der Punkt, an dem ihre Reise mit der Dualseele ihren Höhepunkt erreicht und an dem sie die Bedeutung des Gesetzes der Anziehung bemerken. Dieses Treffen wird jedoch nicht plötzlich stattfinden. Stattdessen werden sie spüren, dass es kommt und es wird mit göttlichem Zeitplan geschehen. Tief in ihrem Inneren werden sie wissen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist und dass sie bereit sind für einen der wichtigsten Momente ihres Lebens. Wenn sie ihre Dualseele treffen, wird all die Lehre, die sie verfolgt, seit sie sich erinnern können, auf magische Weise verschwinden. Die siebte Phase Die Dualseele In dieser Phase wird ihnen alles, was geschehen ist, voll bewusst. Jetzt wissen sie, dass sie die richtige Person getroffen haben. Sie haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihren Körper und ihren Geist verlieren. Sie können nicht mehr klar denken und das Einzige, was sie antreibt, ist die Sehnsucht nach ihrer Dualseele. Von diesem Moment an wissen sie, dass sie sich ein Leben ohne diese Person nicht mehr vorstellen können. Dieser Gedanke macht ihnen sogar Angst. Das Beste daran ist jedoch, dass die andere Person das gleiche Szenario in ihrem Kopf durchlebt. Sie bemerken, dass eine Reise mit der Dualseele nie einseitig ist. Sonst würde man sie nicht Dualseele nennen. Sie wissen also beide, dass etwas Wichtiges passiert ist. Die achte Phase Verfolgungsphase Jetzt, wo sie sie endlich kennengelernt haben und beide diese unglaublich starke Seelenverwandtschaft spüren, sollte alles in bester Ordnung sein. In Wirklichkeit wird jetzt etwas ganz anderes passieren. Die raue Wahrheit ist, dass ab dieser Phase nicht alles glatt laufen wird und sie in einer Phase des Laufens und Verfolgens eintreten werden. Dies ist die Phase, in der sie beginnen, sich von der Endphase der Dualseelen zu entfernen. Aber das ist auch ein Teil des Weges zu ihrer Dualseele. Sie und ihre Dualseele sind so sehr ineinander verliebt, dass diese Leidenschaft ihnen oft eine Menge Ärger bereitet. Ja, es stimmt, dass sich Dualseelen sehr ähnlich sind. Sie spiegeln jedoch auch Dinge wider, die ihr beide an euch selbst verbergen wollt. Im Grunde genommen repräsentieren ihre Dualseele alle Charaktereigenschaften, denen sie entkommen wollen, was sie natürlich ärgert. In dieser Phase kämpfen sie buchstäblich um alles. Das Problem ist, dass es Zeiten gibt, in denen sie das Gefühl haben, diese Person nicht ausstehen zu können und in denen sie alles, was sie tut oder sagt, nervt. Die neunte Phase Trennung Das Schlimmste an der vorherigen Phase ist, dass sie Jahre dauern kann, in der Regel folgt die Trennung, die eine der letzten Phasen ihrer Reise ist. Wo auch immer sie hingehen und wen auch immer sie treffen, diese Person wird immer noch in ihnen existieren. Sie werden versuchen, ihre Gefühle zu bekämpfen, aber das wird nicht möglich sein. Ja, am Anfang werden sie sich ohne sie verzweifelt fühlen. Sie werden das Gefühl haben, dass sie ohne ihre Anwesenheit nicht leben können. Nach einer Weile wird diese Person nicht mehr das Erste und Letzte sein, woran sie jeden Tag denken, wenn sie aufwachen und bevor sie schlafen gehen. Sie werden sie nicht mehr so sehr vermissen und sie werden nicht mehr weinen, wenn sie an sie denken. Trotzdem werden sie das Gefühl nicht los, dass ein Teil von ihnen fehlt. In Wirklichkeit ist dies nichts anderes als ein Test ihres Dualseelenverbindungen. Eine Prüfung, die sie sicher bestehen werden.